Ich bin Lorenz Damian, komme von Silna, Kanton Uri. Jetzt der sechste Sommer des Alpes. Auf der Alp Flimser stehen 172 Kühenplätze. 80 Kälber und die Fläche von 600 bis 700 Hektaren. Die Kühen kommen eine gute Hälfte von Flims und Rhein. Der andere Teil ist der grosse Teil der Ostschweiz. Bei den Kälbern ist das gleiche. Um 20 Uhr steunen wir zusammen. Die Kälber sind zehn Tage später. Wir haben nur die Milchkühe und die Mutterkühe. Und das junge Vieh ist noch raus. Die Kühen kommen zur Alp, damit das Fütter auf der Heche genutzt werden kann. Zweitens das Fütter unten, weil es nicht braucht, dass es eingelagert und konserviert werden kann. Dadurch können sie in den Wintermonaten mehr Tär haben. Anfangs Sommer sind wir vier Hirten. Vom Mitte August sind wir noch das dritte. Aus dem Grund, dass wir weniger Arbeit haben. Die Tage rein und alles fertig ist. Wir wohnen den ganzen Sommer daheim. Wir sind effektiv hier. Wir sind alle. Vielen Dank.